abbauen abbauen und ich glaube ich bin ganz oben ja bin ich glaube wo das ist ein ganz normales spinn alles gut dafür muss jetzt der hier als erstes weg der dann auch schauen die löcher werden immer größer ich glaube zwei etagen sind es noch bin mir aber nicht sicher wahrscheinlich sind wahrscheinlich sind auf dem letzten vier sparen oder so boah alter das wäre das wäre mega scheiße so weil eigentlich dürfte eine spinne nicht einmal ein felder groß sein boah lass mich doch dahin bauen boah so alles zu alles zu alles zu so jetzt nehme ich das alles hier ja was ist denn das da reihe ok das muss jetzt mal probieren so ein spinnenreiter ein spinnenreiter äh so ich glaube diamanten braucht mehr um diamantswörter zu machen Oh, Mama. Kommt rein, wenn ihr auf die Mütze haben wollt. So, was ist hier? Spin-Spawner. Ich muss die Löcher zuregen. Löcher! Ah, irgendwie halt. Scheiße, ich hab nicht mehr so viel. Baumaterial. Nein! Das sind Diamanten und irgendwelche komische Tränke drin. So, drei hab ich noch, eins. Ah! What? Oh Gott! Ich hab nichts zum Bauen, gell? Wenn ich einfach mal kurz von hier... Ah! So. Eins, zwei, drei, vier... Da ist noch eins. Jetzt kommt ein Skelett. Wow! Overpowered wahrscheinlich. Wow! Das war... Hat 41 Leben gehabt. Legt mir die Eier. Was war das? Schwäche, glaubst. Was ist denn das? Water-Cranade. Ice-Cranade. Unnamed. Ich glaube, ich bringe das erstmal runter. Denn ich brauche natürlich auch Baumaterial. Was? 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 Das? Was? Nein! 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 Scheiße. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt hab ich schon wieder das Sicherheitsstiefel. Ich zieh's einfach mal den Helm auf. Und das ganze Dings da tu ich einfach mal hier rein. So, der ist eh kaputt. Alter. Aber bitte sag, dass ich Holz dabei hab. Ich hab kein Holz. Ah, scheiße. Ja, okay, das andere hält noch was aus. Aber dann mach ich mich einfach auf den... auf den Weg nach oben. Wow. Jetzt hab ich die Steine wahrscheinlich vergessen. Und dann nachher wieder... lebendig rauszukommen ist wahrscheinlich eine der... was weiß ich... Hürden hier. Die... Boah, hätte er mal aufzusch... Boah! Wer schreibt denn da? Also, wieder die Handy-Geschichte. Und zwar Maxi. So. haben wir ihm kurz schreiben müssen, weil er hat mein Handy. Bin ich froh drum. Oh Gott. Ich seh's schon. Oh ne. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht rein. Weil ich glaub, die spinnen diesen zwei breit, aber die anderen spinnen die giftigen. Man, oh man, oh man. Diesen eins breit, soweit ich weiß. Abbauen. Abbauen. Und ich glaub, ich bin ganz oben. Ja, bin ich glaub. Wo? Wo? Was? Was? What the fuck? What the fuck? Der macht jetzt aber hier bitte nicht meine Truhe kaputt, oder? Hä? Hä? Wow! Der ist da unten irgendwo. Ahaha! Alter, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber wirklich gar nicht. Oh, jetzt kommt der auch noch so eine scheiß Spinne. Wo lädt mir die, ja. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hierher. Weil dann bin ich natürlich am Arsch. Oh, bitte bleib weg. Tag! Tag! Och. Und also. finally. Kau. Und also. Und also. Vielen Dank.